Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft hier bei XT230 mit mir Georg und mit dabei ist der Raphael. Hallo. Das ist hier der XXNero und wir zocken Minecraft auf Exitus hatte ich hier als Übergangprojekt, weil Blacky momentan nicht Techit aufnehmen kann, so lösen wir ihn jetzt hier mit diesem simplen Techit Projekt ab. Gut, fangen wir mal an. Holz und der ganzen Grundkram. Ja, ich hol's mal etwas Holz ab und ich bin jetzt eigentlich so wahrscheinlich neu bei Exitus HD und werde wahrscheinlich auch öfters irgendetwas hochladen und dieses Projekt wird wahrscheinlich täglich kommen, wenn wir es zusammenkriegen. Einmal wird eine Folge von mir hochgeladen, einmal von Georg. Ja, momentan spiele ich als meiner Sicht und morgen bist dann du dran. Ja. Huiiiiihihi. Lalalalalala. Was machst du denn? Äh, nach was sieht's denn aus, was ich gerade mache? Hast du die fette Schlucht schon gesehen? Ja, ich bin hier schon, muss bei, du siehst leider den Serverlog nicht, ähm, wenn du noch nicht da warst, bin ich ungefähr zehnmal runtergesprungen. So als Langeweile, die Sprunghöhe, also die Höhe von dem Ding ist genau so, dass wenn du runterfällst, dass du äh, genau stirbst. Jaaa. Also 25 oder 26 Tage oder so, oder so. Keine Ahnung. Streeeeeee yaaa. Griii. Was habe ich getan? Keine Ahnung. Oh jetzt habe ich gar nicht auf Tour gesehen. Ja, egal. Egal. Wie lange soll denn die Folgen so werden? Keine Ahnung. Ich... ja keine Ahnung, 15 Minuten, das man auch schon hochladen kann. Okay Zeig ich jetzt noch ungefähr Moment kurz Zwei Minuten läuft das schon Ich sammle mal etwas Stein Jo Sollen wir hier Es ist vielleicht gleich eine gute Idee Wenn du in den Berg reinbaust Dass wir hier vielleicht gleich Einen Unterschlupf machen So professorisch hier, oder? Ja, können wir machen So eine Bergbude oder so irgendwas mit Gas Hm, das ist cool Könntest du mir drei Stein geben Dann könnte ich auch gleich mithelfen Ja, warte Uh, uh, uh Danke Und Georg, wie sieht es mit der Zukunft von Exitus HD aus? Ja, die anderen machen momentan Eine kreative Pause Beziehungsweise haben wir einfach keine Lust momentan Ja Deswegen versuchen jetzt Raphael und ich hier irgendwas hinzuklatschen Hm Okay Gut, ähm Sand wäre vielleicht nicht schlecht Jetzt habe ich hier mal Das ganze Grundzeug wieder Oh Mann, ist das geil Wir haben ja in den letzten Tagen schon ähm, privat Mit ein paar Kumpels gezockt immer Und leider wurden wir zweimal gehackt Weil unter dem Unter der Serveradresse schon mal Äh, ein großer Server von uns Äh, online war Jetzt ist hier einer reingekommen Oh scheiße, wir brauchen hier was zu essen Wir haben gerade Ähm, jetzt ist hier einer reingekommen Und hat sich in meinen Namen eingeloggt Der hatte scheinbar, keine Ahnung Irgendeinen Hack drin Voll fail Und hat immer wieder alles kaputt gemacht Und wir mussten immer wieder von vorne anfangen Das war scheiße Jo Ja, ich war immer über ein paar Hühner töten Und, äh, hast du das zuvielgeweise schon gehört Dass, ähm, Donnerstag, glaub ich war was Sind die, ähm, ganzen Es ist, ist das Radar und so ausgefallen In Österreich und in ein paar anderen Ländern Echt Ja, für die Ja, es haben da Haben die 25 Minuten blind fliegen müssen Oha Das hört sich gefährlich an Ja, als Grund haben sie genannt Äh, dass in In der Ukraine Oder Ukraine Ukraine Ja, äh Da war eine NATO-Übung Was ich aber irgendwie nicht glauben kann Weil es ist irgendwie etwas unrealistisch Dass, wenn dort eine Übung ist Und dann bei uns in Österreich auch das Radar ausfällt Äh, ist schon komisch Hast du schon was zu essen? Äh, ich mach gerade einen Ofen Und dann muss ich was Einhaben Ja, ich suche noch ein paar Sachen Ich hab hier einen Huhn Das ist aber, glaub ich, gerade in die Nee, es ist Alter, die sitzen da Ja, so in der Schlucht Die playlist ist gerade sehr leise Warte mal, die kriege ich schon Wie was? Bin ich die playlist Warte mal Nein, nicht runter Verdammt, ich bin so richtig hundfähig Nein, 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 hier geblieben Fuck, fuck, fuck Nee, zwei Keulen habe ich schon Björk, bist du tot? Nee, fast Und es ist schon wieder runtergefallen Alter, ich glaub ich dreht durch Fuck you Alter Du hast dir das zufällig gewesen? Er hat gerade irgendwas geschrien Ja Ach Warum immer noch hier? Naja Weil Weil das bei mir einfach nicht möglich sein kann Ein Ding der Unmöglichkeit Bei dir wohnen einfach so verrückte Leute im Block In der City In der City Verdammt, es wird schon wieder dunkel Alter, der Schäde ist übrigens extrem geil Yo Leute, Leute Ah, du hast eh schon Schon so viel Zeug drin Das nächste Als nächstes sollten wir hier Glas machen Und ne Tür Ich mach hier mal ne Tür Ja, mach bitte ne Tür Und da machen wir hier gleich Glas rein Jetzt müssen wir hier das noch vielleicht irgendwie Ne So, hier ne Tür und da ist Glas Dann noch Fackeln eventuell Haben wir hier mal ein bisschen rein Dann kommen eh sicher Kohle oder irgendwas Hoffen wir es Jo Ja, Leute Und So viele werden sie jetzt nicht gucken Aber egal Ähm Auf jeden Fall werden jetzt wahrscheinlich auch Wieder mehr Projekte los Ich alle noch zur Schule Und Hummer, du lagst mal wieder Ihr müsst wissen, Leute Soweit ich es sage Wird Hummer sehr, 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 sehr rage Hummer, du lagst eh nicht mehr Keine Sorge Du hast nur kurz geleckt Verdammt, es wird dunkel Ich habe Angst Hast du Rohholz? Ja Vielleicht sollten wir Zumindest Ja, hier beim Ofen Vielleicht sollten wir ein Stückchen vom Rohholz Ähm Ja, dann in den Ofen kurz schieben Solange hier noch keine Viecher spawnen ist es eh egal Das ist ein Creeper Scheiße Scheiße, 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 scheiße Alter, ich wundere Ich wundere, der ist Der ist genau von meiner Nase gespawnt Echt jetzt? Ja, der ist da oben gewesen Ich schlage ihn auf weg und Keine Ahnung, der Scheiße, aus Birkenholz kann man keine Kohle machen, fuck Fuck Warum nicht? Keine Ahnung, scheiß drauf Ähm Hol schnell was an Warte, ich esse jetzt mal hier was Verspende Alter, das Holz ist ja egal Aber wir brauchen ganz schnell Kohle Zumindest für eine Fackel Ja Hab ich da gerade Ne, war kein Creeper Verdammt, hier hab ich vier drehen Achso, warte mal Da oben ist hier eine Kohle Ich hol schon welche Warte, ich mach hier kurz Kohle Boah, fuck Hilfe, Hilfe, Hilfe Wie der alles verpennt Ja Ah, und da kommen schon die Zombies Scheiße, scheiße Ja So ein bisschen Keine Ahnung Wie ich einfach mal hier das ganze Glas kurz verschwende Hm Hä? Wie, Aua Ah gut, du holst die Typ mir schon So Ist das Kohle haben? Ja, ich hab gerade eine gemacht im Ofen Verdammt Ja, warum Ich hab dir gesagt, ich mach welche Achso, ok, schnell den Bruder rein, komm rein Mach die Tür zu So Vielleicht wird die erste Folge einfach ein bisschen länger Scheiße drauf Yay So, vier fackeln, juhuui Hast du das Essen zugebracht, weil ich hab eigentlich gar keinen Jo, hab ich Ja, ich komm dann gleich wieder rein und Aber ich hoffe gerade, dass die Aufnahme nicht zu dunkel ist Das ist ja bei Fraps immer so Dass das relativ dunkel ist Kannst du mir mit Sonny Weggers heller stellen, das ist kein Problem Echt? Mhm Okay, da hinten ist ein Creeper, eine Spinne, ein Zombie Ich hab schon zwei Wolle Für ein Bett Essen kriegst du auch gleich Oh, das Ja, Essen Okay Gut Gut Als ich sehe die Spinne auf, weiß Gott wie viel Mitte Entfernung, weil die Eugen so leuchten Dort auch Dort schon wieder Ja, das ist mit Schäle, das ist jetzt übertrieben Äh, das liegt nicht am Schäle, das liegt am Tech-Gebek Ah Haben wir jetzt schon mehr Glas? Ja So, du brauchst Essen Mhm Hier Okay Danke Kommt noch was in den Obo rein Achso, da ist noch das Glas Okay, ich gehe wieder etwas farmen und Also, Viecher töten und so Okay Okay Geben wir dann das in der nächsten Folge gleich mal in eine Höhle, oder? Ja, klar Was für ein Tech-Gebek hast du? Ähm Warte mal, wie hat das? Ich weiß es gar nicht auswendig Äh, das Das Spex glaub ich SP Hex Hex Spex, ja genau Ich kann das nie aussprechen Das sechseckige Obo ist Ja genau Mhm Ich sehe Bekannte Ich sehe Bekannte an mir voll viele Ja, das habe ich auch Hm Äh, welche Auflösung, wieviel Pixel Bei 128 habe ich derzeit Ich habe das 64er drin Ist so pixelig, das mag ich Ja Wenn ich ne gute Auflösung brauche, dann nehme ich je dasselbe Fotorealistic Das nehme ich glaube ich eh Wenn ich wieder mit dem Aufnehmen dran bin, nehme ich das glaube ich wieder Okay Jetzt zum Umstellen Mach nur das hier noch weg, dann glaube ich reicht's momentan Gut Dann können wir mal ne Mine anfangen Sollen wir nicht lieber in ne Höhle gehen? Sehr viel spannender Okay Meine ganzen Träume sind zerstört Hat du's schon ne Ruhe gemacht? Magic, geil Natürlich So, rohes Hündchen, dann scheißen wir jetzt Und Stärke 1 Dann scheiß ich jetzt hier mal auf das Glas So viel brauchen wir hier momentan eh nicht Mhm Haben wir hier momentan genug Warum nehme ich eigentlich die Hand wenn ich hier eh ne Schaufel habe? Ich bin einfach gerade saumäßig verwirrt Jut Der wird eigentlich äh Äh wie heißt der Äh 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 Der Tiroler wird der eigentlich Eigentlich auch Du warst Rieder Ja der Tiroler Ja der Tiroler Ja der Das ist Der Name immer Was ist mit Rieder? Und Äh Wird der eigentlich auch dann mal mitmachen? Ja klar Tut er eh schon Aber der hat leider so ne Scheiß Laptop einfach Der kann leider nicht gut aufnehmen Oh verdammt da kommt schon wieder was Ja ich meine jetzt dass er einfach mit spielt Jaja Achso stimmt ja ich bin mir hefern Denk 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 Was ist das für ne Scheiß Musik So Kohle Ja Was haben wir denn schon alles hier Beckenholzbrett Blablabla Gut Ähm Wenn du noch wo ein Schaf siehst Killes Wir brauchen Wolle Wolle Tolllllade Verdammt Ich trau mich nicht rausgehen ich hab so Angst dass sie gleich irgendwas kommt Ich könnte jetzt einfach äh Timeset Day machen oder so und so Ich Ähm Nicht Nicht auf diese Server Vor allem nicht im Let's.' Play, verdammt So Creepern Scheiß drauf Nun seh dir mal meine Minecraft-Künste. Verdammt, immer noch nicht tot. Was, ich soll dich töten? Was, warum? Nein, nein, nein. Verdammt, wieso bist du so schnell? Okay, spiele. Wir rennen zwei Spinnerin nach und nein, der grügt mich nicht. Dann mal auf den Berg hoch, wie da die Aussicht ist. Es wird dir schon wieder Tag. Und mit dem neuen Tag, wie er anbricht, stoppt. Und hier die erste Folge. Let's play Minecraft. Und es werden hoffentlich noch 100 Folgen folgen. 100 Folgen folgen? Und ich glaub, der Creeper ist gleich da. In der nächsten Folge ist Raphael dran. Und mit diesen Worten bricht der Morgen an. Hat sich das gereimt, verdammt, lol. Gay. Ich will noch irgendein Hügel drauf. Bist du auch schon hier? Ja, ich bin cool. Nicht so nice. Ziemlich abgetragen, irgendwie. Aber die Welt ist ziemlich geil da in Richtung Wald. Ja, irgendwie. Ich hasse es. Ich hasse es. Am Rand. Die dir nicht. Ja, die ganzen. Irgendwie. Weil es bei mir immer alles lebt. Okay. Ja, ich hab Render Distanz relativ groß eingestellt. Immer. Ja, ich hab's auch auf 32. Wieso mit dem Ding? Okay, so weit hab ich sie aber nicht. Aber ich hast du Load-Fahr eingestellt. Ich hab Load-Fahr nämlich nicht drinnen. Warte mal. Achso. Ich hab ja, ich hab Optifend. Ja, ich auch. Ich hab normal, ich hab Sichtweite auf normalen, 9. Aber ich hab Load-Fahr eingestellt. Das heißt, es lädt ziemlich weit. Und schnell. Ah, okay. Nehmen wir eigentlich noch immer auf? Ja, ja. Rein, Creeper! Oh, mich hat's mal Blöcke hoch. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis bald.